Hi, ich treffe mich jetzt gleich mit Baleo und wir schauen heute mal, wie die Allianz hier am Standort Leipzig arbeitet und werden sie auch vielleicht ein bisschen stören. Ich habe Bock drauf. Lugas Cicala und Baleo haben uns heute am Standort Leipzig bei der Allianz. Spontan besucht und wir hatten viel Spaß zusammen, haben uns ein bisschen was mitgebracht und wir freuen uns auf den nächsten Besuch.